Sollte es uns lachen? Achso, 3, 2, 1, es ist gerennt. Läuft, es läuft. Wie sich der wunderbar grächzende Lou sein Herz brach. Es war kalt im Wienerwald vor ungefähr zwei Jahren. Ich erkannte den Vogel meiner Tante, nämlich Lou, den wunderbaren. Läuft, es läuft. Läuft, es läuft. Läuft, es läuft. Lou hatte immer in Tante Rosis Zimmer gesungen. Und gesprochen jetzt war nur ein Freier, Papageia durch sein Herz. Das war gebrochen. Ich habe ein Krant auf die alte Tante, krächzte Lou so wunderbar. Und er erzählte dann von Anfang an, wie alles gekommen war. Seit ich mich erinnern kann. Ich will Tante Rosi sang, immer, wenn sie stand am Hirn, sang ich Songs von Engelbert, von Heino, Fendrich und von Heintje. So lang bis die Tante weint, sie sagte dann oft, lieber Lou, keiner singt so schön wie du. Ja, sie nickte meine Stimme sehr, doch dann verlor sie ihr Gehör. Ja, Tante Rosis Ohren. Hatten hatten ihre Kraft verloren, hatten ihre Kraft verloren. Und singt die Tante. So wurde nur ein Freier, Papageier und die Welt war für ihn wunderbar. Er war dankbar seiner Tante, aber nur bis er erkannte, wie lange er bei ihr gefangen gewesen war. Da bekam er dann den Krant auf die alte Tante und vergaß in seinem Schmerz. In Tante Rosis Zimmer hatte er doch immer die ganze Welt in seinem Herz. In Tante Rosis Zimmer hatte er doch immer die Tante, die Generalität in seinem Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020